Verschiedene Kräuter haben positive Eigenschaften auf die Gesundheit von Tieren und Menschen. Zudem haben wir festgestellt, dass bestimmte Kräuter auch die Qualität und die Zusammensetzung von Fleisch nachhaltig verbessern. Aufgrund von diesen Forschungsresultaten haben wir ein spezielles Futter für unsere Kräutersäule entwickelt. Immer mehr Leute sind von der Qualität des Kräuterfleisches begeistert. Die einzigartige Eigenschaft macht sich aber nicht nur beim Geschmack, sondern vor allem auch in der Koche bemerkbar. Kräuterfleisch ist deutlich länger haltbar und verliert beim Garen viel weniger Saft, was ihm eine einmalige Zartheit verleiht. Das fällt auch der Geste auf. Wollen wir Pizza essen? Gesunde und nachhaltige Ernährung ist für mich und meine Familie wichtig. Bei Kräuterschwein weiss ich, was wir auf dem Tisch haben. Fetzner! Unsere Verkaufsstelle und vieles mehr erfahren Sie auf der Webseite kräuterschwein.ch Auf Wiedersehen! supporters bei Kräuterschweinmetros haben eine coine fiber . V